Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Witcher 3. Wir stehen hier, wie schon gesagt, vorm Weideler und wir beginnen jetzt mal mit der Quest Ahnenfest. Quest Ahnenfest. Ich komm bald wieder. Genau, und dafür müssen wir einfach hier ein bisschen stehen bleiben bis Mitternacht. Wir gehen so... Ja komm, wir machen direkt Mitternacht. Und begraben. Dann geht's los. Sie werden erzählen von all ihren Plagen. Sei gegrüßt. Servus. Gerade rechtzeitig. Gute Leute, seht, wer uns beschützen will. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Äh. Bald rufen wir die wandernden Seelen. Einigen von ihnen kann nicht geholfen werden. Vor ihnen musst du uns beschützen. Halte böse Kreaturen fern. So lange, bis das Ritual beendet ist. Ähm. Ja, wir können anfangen. Aber wieso ist sein Bad jetzt so schnell gewachsen? Fangen. Beschütze uns vor allem Bösen und verhindere, dass der Kreis gestört wird. Ich hab keine Ahnung wie ich, aber wir probieren's einfach mal. Was bedeutet dies Leben? Ihr wisst es wohl. Eine flüchtige Qual, die der Tod uns holt. Was kommt dann, wenn das Leben entgleitet? Der Mensch über sein eigenes Schicksal entscheidet. Bald schon kommen sie, die wir begraben. Sie werden erzählen von all ihren Plagen. Sprech dir diese Seelen frei. Wie er leid, hier wird beendet sein. Lass das Ahnenfest beginnen. Bin gespannt, aus welchen Richtung wir die kommen. Da. Ihr wandert in Tuchler nachher. Der freien Befälzer hier. Seht dieses Zeichen. Sandwurz. Euch rufen wir. 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 Boah, das war... Nicht so schuldig. Alles ist still. Nirgends mehr funkeln. Welche Gestalten lauern im Köln. Nein, das war nichts. Boah, leck mich fett. Leck mich fett, leck mich fett. Warum ist das immer so ein Scheiß? Warum ist das so ein Scheiß? So ein Scheiß, so ein Scheiß, so ein Scheiß. Immer so viele auf einmal, dass der sich gar nicht wirklich konzentriert hat, wo du hin klatschen musst. Moment. Glosara, Bestiarum. Das sind ja diese ganzen... Äh, nein, wir sind sie Hybriden. Ne, das ist auch... Ja, Nekrophagen sind's. Was hilft denn gegen die? Nekrophagenöl. Super. Äh, Wasserweiber auch. Nekrophagenöl und... Ben. Ne, ne. Gut. Nekrophagenöl. Können wir sowas herstellen? Ja, können wir. Das ist ja schon mal super. Dann benutzen wir das nämlich gleich. Waren wir's denn? Waren wir's denn? Ja. 10% Angriffskraft mehr. Genau. Dann haben wir unser schönen... Oh, was haben wir denn da? Samum blendet gegen den Explosionsradius. So, jetzt strenge ich mich an und dann kriegen wir das hin. Was bedeutet dies Leben? Ihr wisst es wohl. Eine flüchtige Quale, die der Tod uns holt. Was kommt dann, wenn das Leben entgleitet? Der Mensch über sein eigenes Schicksal entscheidet. Bald schon kommen sie, die wir begraben. Sie werden erzählen von all ihren Fragen. Sprecht ihr diese Seelen frei? Ihr leid, hier wird beendet sein. Lass das Ahnenfest beginnen. Ihr wandert in Tunklana. Wir wandern in der Welt seit ihr. Seht dieses Zeichen. Sam. Euch rufen wir! Euch rufen wir! Euch rufen wir! Euch rufen wir! Hey, das war's ja! Ich weiß nicht, wenn ich eigentlich rennen soll's. Eingeräumt! Wer hätt's gedacht! So, einer. Einer. Einen. Einen. Hört ein Geräusch! Wer hätt's gedacht! Ein Geist durchbricht die Stille der Nacht. Verbrennt den Weihrauch lieb und teuer! Geist, komm heran zu uns ans Feuer! Geist, sprich! Es ist Zeit zu entscheiden. Erzähl uns nun von all deinen Leiden! Erzähl uns nun von all deinen Leiden! Wer bist du? Wer bist du? Er weiß es! Soll ich ihn fortjagen? Soll ich ihn fortjagen? Soll ich ihn fortjagen? Nein! Ich bin da, um dich zu holen, Vater Mörder! Fort mit dir, böser Geist! Ich verjage dich mit dem Licht des ewigen Feuers! Welche Abscheulichkeit! Sofort aufhören! Die verlorenen Seelen! Wir müssen ihnen helfen! Ruhe! Ich dulde keine Nekromantie! Hilf uns! Lasst sie in Ruhe! Geht jetzt! Ihr stört das Ritual! Das ist schwarze Magie! Diese Leute stören die Toten! Das können und werden wir nicht erlauben! Ihr wisst nichts über ihre Bräuche! Schnappt ihn euch! Und vertreibt die anderen! Jetzt gibt's Haue! Gute Leute! Verlasst diesen Arzt nicht! Ihr dürft den Kreis nicht brechen! Alles ist schön! Nirgends erfunden! Hexenjäger 1! Weg! Hexenjäger 2! Auch gleich weg! Aua, Aua! Ja und! Hexen! Das ist eine schlimme Sache! Wehe uns! Blut hat den heiligen Boden befleckt! Aber wir können es nicht abbrechen! Was denkst du? Hat das Blutvergießen Schaden angerichtet? Der Kreis ist beschmutzt! Alle die nach menschlichem Blutdürsten werden kommen! Oh oh! Wenn es Gottes Wille ist, sind es nur wenige! Und der Weidelag kann das Ritual beenden! Mach weiter! Mach weiter! Wenn du fortfahren möchtest, bin ich bereit! Gute Leute! Wir müssen das Ahnenfest zu Ende bringen! Macht euch bereit! Euch rufen wir! Euch rufen wir! Kommt Seelen! Euch richten wir! Alles ist still! Nirgends mehr Funkeln! Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Ein Whispern! Ein Raunen im Sinn! Jemand schleicht zum Feuer hin! Alles ist still! Nirgends mehr Funkeln! Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Erscheinungen! Der heilige Boden ist blutbefleckt! Wir können das Ritual nicht beenden! Leute, rettet euch! Lauft, wenn euch euer Leben lieb ist! Super! Diese Kacklinge hier! Dies ist heiliger Boden! Blöde Erscheinung! Bleibt es still! Hau! 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 Alles ist verloren! Hau! Einer der Bauern wird den Hexenjägern von dem Ritual erzählt haben! Dieser Geist, den sie verjagt haben, das ist der Geist eines Vaters, richtig? Er hatte gedroht wiederzukommen und wird sein Wort sicher halten! Den alten Ambros fürchtet der Weideler nicht! Die Erscheinung nannte dich Vatermörder! Diese Erscheinung nannte dich einen Vatermörder! Stimmt das? Ja! Wenn ich dir helfen soll, muss ich alles wissen! Warum hast du deinen Vater getötet? Der Weideler möchte nicht darüber sprechen! Ich muss etwas dagegen unternehmen, aber dann kann ich dir nicht helfen, wenn du mir nicht die Wahrheit erzählst! Du kannst das nicht alleine schaffen! Du hast Angst, so viel steht fest! Die Erscheinung hat Macht über dich! Ich werde ihn vertreiben, ich muss es tun! Aber ich muss wissen, wo er begraben liegt! Der Leichnam ist bestimmt noch nicht zu Staub zerfallen! Das ist ihre Verbindung zur Welt der Lebenden! Ambros liegt im Sumpf! Gut! Ich suche seine Leiche und sehe, was ich tun kann! Jo! Aber wir fangen jetzt erstmal auf! So ein Hexenjägerschwert! Hexenjägerschwert! Smaragdstaub! Oh! Geile Sachen gibt es hier! Ganz viele verschiedene Essenzen und Stäube! Ja! Stäube! Das klärt auf! Ein Staub, mehr Stäube! Oder? Wasserweibzahn! Ertrunkenen Zungen und ertrunkenen Hirn! Das möchte ich ja ehrlich gesagt nicht anfassen, aber na gut! Okay, der liegt im Sumpf! Welchen Sumpf? Ganz da hinten! Okay! Boah! Na gut! Dann gehen wir da hin! Ist zwar ein bisschen weit, aber... Wir können uns ja teleportieren! Schneller! Dafür müssen wir aber erst wieder da nach hinten zu diesem schönen Schild! Und vorbei in den Ruhlen! So weit! So weit! Okay, dann gehen wir wieder mal in den Buckelsumpf! Als ob wir das noch nicht so oft gemacht hätten! Ach, jetzt können wir nochmal mit der alten reden! Vielleicht hat die ja was zu sagen! Vielleicht können wir mit der ja noch ein paar andere Sachen reden! Na? Weil wir ja jetzt wissen, dass es die Frau vom Baron ist! Vielleicht kann man jetzt eine neue Gesprächsaktion wählen! Oh ja, äh! Ich bin mir nicht so sicher, ob wir hier rumlaufen sollten! Nicht, dass wir die Quest mit dem Baron anfangen! Der hat hier ja was vor! Wir reiten jetzt erstmal weg! Wollte gerade sagen! Ich hoffe natürlich, es kommen keine Gegner, aber... ... 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 jetzt hier drüben mal was Neues reintun. Ein neues Zeichen. Ein neues Zeichen. Wenn wir hier irgendwas Rotes reintun, wäre das glaube ich gar nicht doof. 5% Angriffskraft und 5% Angriffskraft. Wenn wir hier das Rote reinmachen und verlagern die hier, aktivieren da hin und da hin. Haben wir nämlich schon Angriffskraft plus 15. Dann haben wir von denen hier noch einen mehr. Können wir damit hinhauen. Dafür haben wir keinen gelben. Vitalität. Zeichenintensität. Blau hätten wir zumindest einen. Und Vitalität 50 ist nicht wirklich viel. Zeichenintensität könnte auf jeden Fall was bringen. Was ist denn eigentlich das? Quenntschild. Genau, das werden wir jetzt auch gleich verbessern. Jo, ist nämlich nützlich. Jetzt ergibt es auch Sinn, was wir hier machen. Okay, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Das war's mal wieder. Nach einer halben Stunde dieses Mal. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Lass mir ein Like und ein Kommi da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.